Der kleine Osterhase fällt andauernd auf die Nase, ganz egal wohin er liebt, immer ging ihm etwas schief. Geht's los? Es geht los, jetzt bist du gespannt? Ich bin gespannt. Scheiße, gehen wir den Abschlosser, verdammt. Dann können wir halt kein Osterhase. Pech gehabt, warten wir mal bis Video 100 Nummer 93. Darf ich jetzt endlich Osterhase suchen? Du darfst. Du darfst alle. Da wurde der Hausfindung gewonnen. Okay. Ich hab was gefunden. Ja, wo? Ich nehme meine Finger weg. Oh, ich rieche was. Ich hab was. Ich rieche was. Ich hab was. Ne, nix. Ah, aber Nebel drauf. Bitte mal was. Moment jetzt, ich will kurz die Regeln wissen. Geht's schnell. Hallo. Ich hab's alle gefunden. Ich hab's alle gefunden. Jeder nur ein Ei, bitte. Moment. Darf ich mal kurz wissen, ist das wieder so sozialistische Scheiße, wie wir sammeln sie alle zusammen und teilen sie dann durch die Anzahl von denen die Gesucht haben? Hey, wir sind eine Band, oder? Oder darf der Palte, der es gefunden hat? Ich warte eh schon mehr. Friede und Sozialismus. Oh, scheiße. Ich hab's gewusst, ey. Ja und? Da schränke ich mich nicht so an. Ich hab den Hauptpreis gefunden. Ich hab den Hauptpreis gefunden. Ja? Wo hast du denn hergezaubert? Ja, aus der Bass drum her. Aus der Bass drum her. Ja, bei jedem Uffekt hat er den Englige. Was? Hey! Ich mach mich nicht nur mehr als wie ihr. Oh, ja. Oh, stimmt. Verdienter Eier des Volkes. Ja, so muss es sein. Ja. Überall. Habt ihr's all? Ich hab grad nicht Arlerie gefunden. Habt ihr noch all? Kehrt ihr dazu, oder? Nee, darf ich die Palte jetzt, oder? Nur, um euch haben die Pfle empfunden, hat mir den Osterhaas gebracht, oder? So ein Buttig empf, oder? Habt ihr die Eier? Ich muss mein Ostergeschenk abholen. Boah, geil. Mit immer mehr. Habt ihr sie alle? Ich bin ziemlich gut, glaub ich. Habt ihr sie alle? Wir haben sie schon lange nicht mehr Almond, ja, aber das müsst ihr eigentlich wissen. Da fanden sie noch zu weh. Was kann Osterhaas hat denn die Dinger wieder gekratzt, oder? Ich weiß nicht. Du möchtest nicht, ne? Soll ich den Osterschäferhund holen? Willst du's ausdiskutieren mit dem? Ja. Ist der auch schon glatt? Ja, auch wenn er nicht darf. Der Harry hat ihn verkleidet als Osterlamm. Manche, du darfst ihn schlachten. Ja, genau. Mit bloßen Händen. Du darfst ihn streicheln. Und ich hebe die Kamera ab, okay? Okay, machen wir gleich jetzt im Arschluss. So, und jetzt wird es sozialistisch geteilt? Nee. Ja. Ja. Harry, du auch. Hä? Harry, eins? Nimm dann den Rest. Wenn unser Zuschauer nur die Hälfte von dem gefunden haben, was wir hier unter dem ganzen Amst gefunden haben, dann wird's glückliches, fest und dicke Eier. Vor allen Dingen. Was von dem Jahr war. Wir haben nämlich, glaube ich, vor fünf, sechs Jahren schon mal Osterhaas versteckt. Ja. Und das Letzte, was ich gegessen habe, das hat ein bisschen komisch geschmeckt. Die waren doch alle... Die waren doch alle leis, oder? Ich weiß es nicht. Zumindest, man hat da die Rat noch nebeneinander gelegt. Vielleicht war das die Osterrat. Die Rat hat's gepackt, auf jeden Fall. Und es gibt auch Zäpfchen. Manche, egal was du machst, film nicht tiefer. Schon fällt auf, dass der Philipp wirklich steht. Das ist nicht vertivamente alt. Es ist einfach zadbar. Das ist richtig. Die re Juste wird gelach. Tag hier diesesл seriously. aps. Vielen Dank.